oh fast das wäre cool gewesen wenn sie ihn gelandet hat ist ich bekomme 2000 für gute führung und fand hier gerade in die seite rein ist aber nicht schlimm da hat eine neben mir gewusstet wie geht du hast doch gut gedient und so gut deswegen kriegst du für gute führung als klare nach 2000 ich wusste gar nicht dass klappen bezeit werden der version der geschichte weil wir netz sind zu dir zu nett so wadam Ha ha, no. Ja. das ist auch egal fliegt die lüfte im geist drehen und du soll ich mir mein auto angefordert habe deswegen habe ich gerade auch nur im auto gesessen ich meine das überlebt das einfach so sind wir sind das hier das ist normal dass man das überlebt wir können uns nicht gegenseitig töten richtig ich weiß nur die autos hat zu legen das prinzip nein geht nicht enrico was willst du mit schweiß das ist ja ich weiß ich weiß nicht schweiß ich weiß du schweiß wir haben gerade drei stück entgegen ja ach was warum ja warum machst du sowas als beide waren und nach sind auch die kopf zu wenig die müssen eigentlich normalerweise musst du noch armee und so drauf haben hier die die juggernauts die die uns nicht nach der sterben passiert und so fällt er dann mal ein golfkart durch die Gegend so oh ich kann schon verstehen warum diese mission machen wir denn wir müssen jetzt ein langes vor besorgen ja wir müssen es auch besorgen wir haben es ja noch nicht wir besorgen ist doch immer bei baby oder das klingt falsch da fehlt jemand kehr ja ich komme der will mit uns nicht mehr doch doch ich bin nur gerade im hier habe ich heute Hm. komm sofort wie gesagt es dauert einen moment das ist klar dass es dauert so war es nicht gemeint es dauert bis kev kommt ja sind von jetzt auf gleich geht das nicht gibt es doch mal nicht so ein druck auf auf kommando kann ich schon gar richtig probieren das ist das motto von den rico ich bin da ich bin bereit loslegen für sämliche schandtaten bereit du bist doch schon hier passiert schwierig das outfit passt gerade zu meiner stimmung der unzufrieden da kann ich ja nicht der nützliche nehmen der praktische ich nehm den vorbereiteten wer stirbt zuerst kann alles passieren du die schmeißen noch vor der kugel damit wir leben können ja wer muss ja unser schild ja sein das heißt auch wenn man gesucht haben gebraucht noch ein schutzschild da kann ich ja doch der das ein kontakt nehmen wir brauchten noch ein kugelfänger aber ich hab's abgefangen den dreh auf ach so ach so ach so ja oh meine du bist du schnell ich hab kein handy akku mehr kannst du jetzt bitte auflegen das ist das punkt erweiter kommt 3,7 kilometer das ist wahrscheinlich da oben wo die überlebenskämpfer stattfindet ja schrott und knochen haben wir glaube ich sogar schon eine aufnahme gemacht ja ich hab dann mal sogar haben wir den sogar durchgezogen bis ende der oder der fahr oder der verarbeitet dann auf die beiden haben wir auf jeden fall schon bis zum ende durchgezogen nur wir beide ich glaube ich glaube baby war mit dabei eine von denen auf jeden fall mal schon mal durchgezogen bis zum ende das weiß ich das sage ich bei ihnen auch mal wir müssen schnell rein und sie hart treffen ich will nicht mehr leben wir sind alle da sind ich habe doch vorhin gesagt hol dir ein schnelleres auto habe ich doch so immer mal raus mit uns Volle Panzer und volles Leben, Headshot Lol Hä? Du musst doch wahrscheinlich reingehen Nö, er ist kaputt Oh, das ist nett Ach, wir sind zum Flugzeug Da geht der erste Mann gemütliche Spatze gegangen um den Panzer rum bevor er einsteigt Unfassbar, ich bin bis an den Panzer ran wollte schnell umsteigen was macht er läuft erstmal einmal außen rum Nö Es ist passiert bloß etwas mal, dass der Charakter das einfach mal sich in Ruhe erstmal hinweg tütt ist und das ist ein solch schiff 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 Okay, here we go. Objective 1, wipe out the research in their warehouse. Objective 2, get the tank. I don't think any of us want Clifford's murderous AI drones to be invisible too, so let's clean this whole place out. Let's wipe all that shit off the table. We're being paid to stop Avon, so let's stop him. Plus, creepy as it is, I kind of like a stealth tank. We can use it against Clifford or Kasellin to find one sex offender to use a music video. Du kannst das dem Ding nicht schießen, ne? Doch, eigentlich, keine Ahnung, ich war hier noch nie im Altsparker drin. Nee, tut er nicht. Try and write that research and development off against business tags. Fuck! Fuck, sucker! I will put you in the monkey cock field. Fuck! 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 Boom, 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 boom! Mach's die ganze Zeit. Fuck! 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 Mann, hat er mich aus dem Auto rausgeschossen. Ich bin Auto rausgeschossen. ja die muss hier um 6 sein dann untersteht auch der panzer da kann ich nicht mit raketen alter der stirbt nicht durch eine explosion direkt wie viel kommen wir dann war hier was der fecht marcus weißt du so fühlt sich baby wenn sie mal langes hartes hat das rohr ins gesicht er geht ja nicht oder oder jetzt hier und jetzt mal baby aus dem haus als panzer jeder glaube ich eine funktion hier ja krass ich werde mal wieder nur granaten außer du du bist einfach nur da die granaten die granaten das ist der heli weg Zweite Heli weg. Ich habe Baby mal einen Wegpunkt gesetzt. Heli sind erst mal weg beide. Ein Auto hoch. Was halten die denn aus? Das sind Ponzerte, äh wahrscheinlich geponzerte Entsert und... Die halten ein bisschen was weg. Jetzt ist er weg. Ja, sehe ich schon. Kommt noch ein Heli. Bin drin. Warte. Heli down, Pilot rausgeschossen. Alter, was geht hier ab? Explosion über Explosionen. Aufschießen, merk ich das. Eine Highlight-Folge für Kev. Ja, einfach mal viel Action drin. Kann man die Vibration beim Controller eigentlich ausschalten? Klar. Muss die Yvonne fragen. Yvonne spielt ja mal mit der Vibration auf der stärksten Stufe. Und das ist ein Feedback bei Yvonne. Das ist ein Feedback bei Yvonne, mit jeder Hugel in der Straße. zu spüren das war schon der autische kaputt wo sind der wegpunkte ich hatte extra wegpunkte ich bin jetzt hier gleich da es war ein zeug er hat uns gesehen jetzt nicht umschießen ich glaube die zwei die sollten überleben ja das sind unsere leute steig aus ich habe claustrophobie klaus 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 hier ist niemand der klaus heißt ich hab panik platin 36.000 die haben wir jetzt glaube ich von pro mission schon bekommen wir haben noch anderthalb ungefähr kann ich bin 9 uhr 55 aufgestanden dachte so auch noch fast zwei stimmen ich habe bin seit sieben wach ungefähr ich bin um 9 rum aufgestanden da kommt bis jetzt die vorbereitung wer will fliegen hast du mich das nicht schon letzte woche gefragt und da habe ich es auch hinbekommen ich weiß nicht warum ich sage ob du das hinkriegst ich weiß nicht warum ich sage ob du das hinkriegst aber kriegen wir schon hin und wenn wir fliegen fliegen mal darauf die fresse mein gott oder aus der lobby das haben wir ja gott oder seite einige zeit nicht mehr dass das irgendwie mal nicht connected also stimmt bisher hat aber noch keine großen lobby probleme hier ist ein kopf gespawnt ich werde jetzt sterben warum fährst du auch aufs militärgelände weil ich lustig bin ich glaube ich hätte dann bist du schnell wenn ich schnell genug besser dort ja das ist ja du dürftest nicht sterben und benutzt klaus ach du scheiße hallo ich werde hier nicht mehr gesucht ja weil du probierst die uhr persönlich habe die genehmigung aber ab am tor der hat auf mich geschlossen der weg jetzt werde ich gesucht bitte freier ich fahr mal aufgerufen aus guten gründen also ich bin auf dem militärgelände und ich werde nicht gesucht ja ich wollte ja auch gerade gesagt wir sind bei ihr in der firma und sie hatten eine berechtigung für das militärgelände ja gut sie hat ja auch gar grau oder so hier drauf ne hey dass ich über das schrutt krach wessen spiele hehehe so hier hier das zuvor ist hier 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 Wow, gib mir da ein! Das war alles gegangen. Oh, ich denke in diesem komischen Bildschirm drin. Was ist denn komisch im Bildschirm? Wenn du auf dein Touchpad drauf drückst, dann änderst du deine Sicht. Achso, achso. Das war zu niedrig. Das war zu niedrig. Ich will nicht haben, mein Freund, ich will nicht so langsam zu niedrig. Ja, ja. 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 Ja.